so und da sind wir wieder hallöchen und verkehrt natürlich wieder irgendwas bekommen das heißt wieder das erste auf jeden fall die die haut dich und so dago ist dann auch noch mit dabei das klingt hier immer noch immens laut das ding warte mal ich muss hier mal obwohl ich eigentlich da auf 67 prozent bin jetzt gehen wir auf 54 und los hab grad noch ein zauber jetzt weglaufen sehr aufpassen jetzt ein gewandter geist ist so tötet euch meins ja äh wo ist meins wir müssen jetzt doch gleich umfallen oder nicht oder auch nicht die müssen wir jetzt komplett drunter spielen ja ich habe nix bekommen und so haben wir es bekommen sehr gut eigentlich nicht also macht macht auch nicht doch muss bekommen haben na doch für die instanz das ding aber alles gut nicht das spiel mobbt mich ohne ich werde angegriffen wir müssen ja noch mörloks töten wo noch weiter hinter so wir hätten das auge aschadas die hand der tapferkeit das finster herz dickicht und neltarions hort als auswahl für die instanz und dieses mal kommen wir hier in auch 150 kommen dann glaube ich noch dazu kommt dann müssen wir wir müssen noch weiter ja jetzt hatte ich auch von 3 durch käse hier da müssen wir ja da warte ich war bis ich 104 bin und dann können wir ja noch mal anmelden von mir aus nochmal halt in der tapferkeit machen äh nein ich hoffe nicht dreimal ist auch einmal zu viel aber ich könnte mir vorstellen dass wir dann in das auge aschadas kommen da waren wir auch schon einmal so ich bin jetzt mal eben schnell hier meine 35 artefakt macht mega das müssen wir hier tun ach so noch drei stück von denen töten da kommt der wolf her weiter in die hülle wir könnten uns aber auch spezifisch anmelden finster herz die gicht waren wir da schon drin waren sie schon heim der tapferkeit waren wir ah schade äh netarions hort da hätten wir noch eine crash da könnten wir noch mal reingehen naja dann melde ich da einfach mal an was war denn das jetzt doch meistens das geräusch wenn jemand zur helfe kommt oder dieses knurren kenne ich eigentlich nur durch den der weiße kiege da kommen wir bei lauter murlocs naja das ist auch da irgendeine andere quest der kommt da oh hier ich bin geirrt oh bleibt verstehen ich bin geirrt fällt mir wieder not end ein oben wo es das äh kostüm kriegst ja oh was lilanes barracuda barracuda mürge mürge ich hab lilaner hosen stehen die dir zwergen stehen die immer orange wäre natürlich noch besser und wollen wir hier noch ach so warte wollen wir hier noch eine quest ach hier spricht mit navarok und den hammer von katz goroth das ist am schluss dann so wer ist ein tank ein paladin ja nein wir müssen nicht auf den heiler warten alles gut also als taler tank schon gar nicht kann man alles selber machen ob er das auch weiß dass er das machen muss weil wir haben das sehen mini fäuste aus dem boden der nach vorne rum oder was naja hat er einmal die bots abnimmt ups zu viel erwischt ich habe kein das juckt den tank aber gerade nicht da musst du zum tank laufen tank zieht deinen eigenen stiefel durch das ist jetzt schon wieder ein chaos hier wir kriegen sie aber in griff ja das schon vorsicht raus aus der säule ne ja wir kommen hin ich glaube die dinger die kannst du jetzt dann mit dem bergbau schön auseinander legen ja ich brauche ein ziel ich kann mich gar nicht entsinnen dass hier schon jemals normal lang gelaufen wäre wir hatten hier schon einige erfahrungen gemacht die anderen tanks ja aber da sind wir doch immer hier bei diesen steindrucken knirscher vorbeigegangen da sind wir ja durchs wasser na einmal war es so da waren wir glaube ich ja ja also wir waren wahrscheinlich uns zweimal hier drin bei einer waren wir glaube ich mit dem decay hier drin der der diese wie heißen die eisensplitter holens oder wie auch immer der die der neue der neue die hotten lassen hat wo ist hier ist mein pet wenn es in der hinterherglichen dicker dabei hast der macht eisige pfade und der ganze raid ist im arsch einmal aber das waren wir jetzt ja zum glück meistens nie weil das wird ja bedeuten das würde zeit kosten und zeit hat irgendwie gar keiner mehr das war ja 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 da hatten wir eigentlich was denn sagt das werden wir sehen aber unzerbrechbar ist also hatten wir eigentlich das thema schon mal warum bb mittlerweile nicht mehr so ist wie es früher war also nicht die feststellung sondern der grund dafür als ich zu viele beschwert haben das zu leicht und ist zu schwer worden ist ja also dass es leichter geworden ist für für diese castle spieler das ist ja das eine phänomen vom grundprinzip ist das spiel einfach nur noch asozial geworden weil früher ist hast du eigentlich soziale interaktion von vorne bis hinten gebraucht du hast eine gruppe auf dem server suchen müssen hast mit deinen leuten zur instanz hin eiern müssen und dort hast du mal einen portstein gehabt da bist du komplett zusammen durch die instanz durch und dann bist du wieder zurück in die stadt dass wir vom früh bis spät mit leuten geredet heutzutage lockst du dich ein und musst nicht mit einem menschen reden wo versteckt ihr eure vorräte made habt erwarten ihr habt uns schon an unser essen genommen sucht alles ab dieser abschaum versteckt rationen vor der armee ihr kämmt nicht dann esst ihr auch nicht was denn rassler machen ziemlich viel schaden wenn die ein bisschen ach so ich dachte es ist dir gerade unangenehm zu heilen dann lasse ich es einfach ach so ja wo ist das handtuch heiler ist afk benutze defensiv fähigkeiten kurz am telefon ja ich geh mal einen kuchen backen ich brauche ein ziel aber auch ein schneller bursche ja also das ist einer dieser nightrider buffs wo ich nicht verstehe was der eigentlich bewirken soll dass der jetzt hier fünf meter schneller rennen kann einfach nur um die anderen eifersüchtig zu machen ja ich meine was bringt das er rennt nach vorne bekommt keine heilung bekommt keinen support durch irgendwas und steht dann da wieder bebo ausreichend vielleicht ich bin dann überlegen was ich heute esse noch ich weiß es schon ich brauche schon das finde ich schon gekauft also burger pizza oder chinese ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich bin dann noch unentschlossen oh komm die drecks lucia da bergbau hier ist gerade hier oben frechheit war er schneller als du ja genau so schlimm wie ein anderer kirche naja was muss man mir auch allen alle zeit die berufe nachmachen ja genau ne mir ist es ja egal ich mach dann hier die berufe wenn wir dann 110 sind dann werde ich anfangen oh habe ich jetzt was ne ich habe nichts gebrüht ähm werde ich dann anfangen dass ich die berufe nebenbei ein bisschen mit hochpusht da muss ja nicht alles in der aufnahme passieren und dann werde ich den charakter hier auch noch zum farmen mit dazu nehmen müssen wir uns eh nur überlegen was wir da aufnehmen wollen wenn wir auf 110 sind naja so ein paar raids können wir ja da machen ja auch hier sturm auf ok mal oder oder schöne erfolge halt das könnte langweilig werden die leute wenn man da hundertmal versucht ja genau wenn du permanent am zack 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 ok ich habe erstmal schildkröte aktiviert gar nicht wo der schaden herkommt ich auch nicht ich habe keinen debuff bekommen oder hat ein todhirn bestanden irgendwo das kann sein ach na dann habe ich es nicht gesehen ich auch nicht wieso fliegen die denn hier so durch die gegend wer macht denn das ich kann das nicht angreifen ich kann das nicht angreifen ja wir werden ja schon irgendwas finden also so einfache sachen wie zum beispiel eiskronen zitatelle oder sowas das kann man ja mal so nebenbei machen ist der jetzt hier gerade rein warum oder ist die kiste ja genau deshalb ja gut ich geh mal die kiste lupen naja also so teuer ist die kiste nicht die zeit hätten wir uns sparen können 450 ordens ressourcen bitte überleg 300 artefakt gebracht ich habe nur 380 ordens ressourcen bekommen und das ist ja merkst du was seht gut hin aber rock ich will dass ihr eure helden sterben seht so mal gucken wer dann ein gutes auge hat und das richtige geht das hütchenspiel hm ich mag das hütchenspiel also auf nhc gibt es ja ja selbst auf hc ist es ja alles machbar so doch gar nicht so weit nach hinten hinter diesem glaube ich noch mobs ne ja oh ja stimmt oh hätte ich dann hatte ich direkt einen visier von denen gerade äh ich hab nicht hingeguckt das war er schon mal nicht da habt ihr alle falsch geguckt was hast du jetzt haben wir schon da hinten achso die mobs jo schade aber auch schade aber auch irgendwie kommt da jetzt gerade überhaupt gar kein schaden irgendwie durch ne ja 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 lauft nur hahaha es wird euch nicht freuen was ist hier noch was hat er noch gehabt 0% meine hütte da ist er Der Schächte. Gold! Und guck mal, der Freaky hat schon wieder mal einen Loot abgegriffen. Welch ein Zufall. Also diese Tickets scheinen ja echt was zu bringen. Ja, man muss halt fleißig sein. Man muss da halt konsequent jeden Tag mal hinschreiben, ne? Ja. Manchmal auch zwei bis drei Mal am Tag. Ja, und auch per Post, per Brief. Per Einschreiben. Hallo, Herr Blizzard. Ein Einschreiben. Genau, und auch mal so ein Inkassobüro vorbeischicken. Boah, nach der Indie bin ich wenigstens mal 104. Das geht ja voll ab. Urtale Würmer! Erhebt euch! Wenn sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Darko durch. Ups. Er ging zu weit. Boah, was macht das der hinter mir? Die Würmer, die kommen immer irgendwo. Na, die lachen, ja. Trotzen aber auch rum, ja. Wenn du schnupfen hast, was willst du machen? Ja. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Hey. So. Loot, 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 loot. Oh, ich muss nach der Instanz auch unbedingt mal verkaufen. Mein Inventar sieht nicht gerade gut aus. Trotz. Ach ja. So. Mal ordentlich hingesetzt hier. Doch mal aus der liegenden Position gehen. Ja. Musste doch mal sein. Okay. Okay. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Was machen diese Mini-Feustchen eigentlich genau? Es ist ein Trinket, aber was heißt das? Ah, ich gucke gleich mal. Dateien gehen. Ja. Ich muss ja, dass er nicht eingesaugt wird. Ja. Eure Zauder haben eine Chance, eure Meisterschaften zehn Sekunden zu erhören. Ah ja, also Meisterschaftsmäuschen sind das. Äh, Fäustchen. Genau. Ich brauche ein Ziel. Toragotto steht in der grünen Pfütze. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Dargol jetzt angreisen. Verzeiht Helden. Es scheint der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. So, was haben wir da? Ja, super. Das ist ja... Ich habe nur Mist bekommen. Müssen wir jetzt da hinten runter springen? Äh, Ins Loch rein. Und da unten gibt es dann den Loot. Ah ja. Also, die sind nur ein Item rausgeholt. Das ist ja ein echter Misserfolg. Das ist sowas überhaupt noch gibt, ne? Unglaublich. Nur Gold. Äh, mehr habe ich auch nicht rauskriegt. Freaking nicht sterben. Ja. Ja, da brennt der Hass ist ein bisschen doof. Kann man einfach nichts machen. weglaufen könntest du. Aber du bist ja der Heiler. Aber das wäre auch bestimmt lustig, wenn du aus Versehen einfach mal mit deinem Multischuss da drüben reinhältst, wo die ganzen Leute rumstehen. Ja, da verlasse ich auch. Ja, ja. Bin spaßig. Wie, dann verlässt du uns, dann gehst du einfach? Ja, genau. Macht man doch so. Oh, hat mir zu viel gepullt. Ich kann nicht versagen, deshalb, tschüss. bin sicher, der Hochwerk ist in dieser entscheidenden Stunde in fähigen Händen. Zerreißt sie! Ach ja, am Dienstag gehe ich mal wieder zum Augenarzt. Oh. Lass mir mal eine Perimetrie verpassen. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Was macht man da? Da wird quasi dein Gesichtsfeld, also das, was du alles siehst, in welchem Umfeld wird da gemessen. Ach, das muss ich jetzt ja nach. War man da, weil du noch in den Mist nachher für die Fahrläufe musste man das auch noch machen. Wo bist du jetzt gegen? Am Boss? Bist du auch so in den Bus gepullt? Und war ich jetzt kann. Ja. Geh auf mich, du Penner. Ne. Das war meine Fehler. Sag mal nicht. Au. Jetzt so toll. Da hat er mich weggemacht. Frecky tot, ne. 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 Aber der Schlag hat mir nicht gut getan. Wo bist du, Shadow? Du bist out of range. Ich komme. Hoppala. Hier bin ich. Ich glaube, ich stelle mich tot, wa? Seh dich mal. Ah, das ist ja eh nicht. Nein, nicht bei mir, nicht bei mir. Da bringt das ganze tot ständig's. Du hast wahrscheinlich deinen Freudentown schon getestet. Ja. Habe ich einen Haltfang? Nö. Jetzt. Ah, nix. Fuck. Ach ja. Schandeh, für mich. Schön in der Ecke liegen. Du liegst wenigstens noch auf dem Trockenen. Ich liege in der Magma drin. Na, du musst eh Geist freilassen. Ja. Ich kann da mal einer retten. Weil ich ja immer hier noch warten muss, bis der Todesengel sagt. Wir sind gerade erst losgelaufen. Ja, aber da kann ich mal was trinken. Ach, trinken ist ganz gut. Oh, meine Flasche ist leer. Okay, dann trinke ich nix. So, aber wir haben es wieder nicht geschafft, in einer Folge eine Instanz zu machen. Deshalb sehen wir uns quasi nächste Woche wieder. Tschüss. 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 Tschüss.